Ja Mensch, das war ein unheimlich geiles Gefühl. Also nach dem Start, die erste Sekunde, da wusste ich schon, ich habe ihn gepackt. Und da gilt auch mein Dank an das Team, die da alle mitgebastelt haben. Vor allem Ölfuß, Andi und Kenny. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und dann noch mein Dank auch vor allen Dingen an all die Fans, die jetzt auch vor 30 Jahren schon da waren und die auch alle wiedergekommen sind und die ihre Kinder mitgebracht haben. Ihr wart ein klasse Publikum. Das war ein Moment, den vergesse ich so schnell nicht in meinem Leben. Und dann bedanke ich mich nochmal bei den Leuten, die das überhaupt organisiert haben, das schöne Fest. Vor allen Dingen Holger Häuptling und Basti und Tim. Und an alle anderen 6000 Menschen, die da beteiligt waren, war ein geiles Event, Leute. Leute, es kesselt wieder.